Willkommen zurück zu einem neuen Video. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute mal wieder mit dem Format Düfte der letzten Tage, die Favoriten der letzten Tage, wie auch immer man dazu sagen möchte. Das heißt, eine Auswahl derer Düfte, welche ich innerhalb der letzten Tage bis anderthalb, vielleicht auch zwei Wochen getragen habe, soweit ich mich ja noch erinnern kann. Und ich würde sagen, wir starten los mit einem Duft, der hier natürlich mit dabei sein muss. Es ist Sommer, es ist seine Zeit, er taucht hier öfter auf. Klare Sache, aber es ist einfach mal so. Gian Varvatos Artisan Pure. Was soll ich da sagen? Frisch, belebend, Bergamot, Zitrik, ein paar Hölzer, ein bisschen dies, ein bisschen das. Ein unfassbar leckerer, toller und wie ich auch finde, kreativer Duft mit diesem gewissen Etwas. Es geht butterweich von der Hand quasi, wenn man so sagen möchte. Der Schlip bringt auch ein bisschen so dieses Gefühl von Miami, Miami Beach, vielleicht auch so dieses typische 80er Jahre Gangster-Image so ein bisschen mit sich. Du kennst die Geschichten. Ganz, ganz krasse Duft. Ich suchte ihn extrem und ja, deswegen ist er hier mit dabei. Gian Varvatos Artisan Pure. Vor, dann hatte ich noch getragen, vielleicht ein bisschen unüblich für den Sommer, aber ich habe ihn netterweise zugeschickt bekommen und wollte ihn ja ein bisschen rauf und runter tragen sozusagen. Und zwar den Habit Rouge aus dem Hause Golar und zwar hier das Eau de Parfum. Das Eau de Toilette habe ich jetzt mittlerweile auch bei mir in den Gefilden und werde dazu sicherlich demnächst mal einen Vergleich hier anstellen. Im Großen und Ganzen haben wir hier einen Duft, der, ja ich sag mal die Neuauflage eines Klassikers zum einen darstellt. Er startet ein bisschen, ja schon zitrisch, Bergamot ähnlich, aber ich sag mal zitrisch auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall dort noch mehr in die frische Richtung rein, aber wir haben gleich so einen gewissen Vanilleanstoß noch dabei. Eine ganz leicht dezente Pudrigkeit und so dieses elegante, ganz ganz leicht erhabene, was schon zu Anfang mitschwingt. Hier aber noch ganz klar im Beginn in der Kopfnote übertrumpft von dieser, ja zitrischen Eröffnung, welche beim Eau de Toilette noch deutlich mehr zutage tritt. Das kann man hier auf jeden Fall schon sagen. Hier ist das Eau de Parfum merklich zurückhaltender und auch ein bisschen schwerer. Und dann gehen wir im Duftverlauf mehr und mehr in eine leichte Pudrigkeit rein. Der Duft wird merklich süßer. So eine Vanille, die sich mehr aufbaut, ganz leicht, ein dezenter, holziger Mindestrahmen quasi, der sich bildet und alles in allem doch schon mehr das elegantere, etwas schwerere Thema bedient. Soweit hier zum Habit Rouge, dem Eau de Parfum. Wie gesagt, genau. Ein bisschen näher werde ich dazu in einem separaten Video mal darauf eingehen. Ich wollte ihn hier auf jeden Fall schon mal mit erwähnt haben, denn ich habe ihn auf jeden Fall getragen. Dann hatte ich noch aufgelegt, meistens so beim Sport im Fitnessstudio, also wenn es nicht so lange halten muss quasi, Aquadipama, und zwar den Colonia. Ein Duft, der, ich meine, sein Veröffentlichungsdatum irgendwann im Jahr 1916 gefunden hat. Ja, was soll ich da sagen, das ist einfach die Eleganz geschaffen aus der Einfachheit, aus den leichten Noten, aus den frischen Noten, aus diesem zitrischen, schrägstrich, dezenten Mandarinen-Thema. Dazu dezent aromatische Wellenanstöße quasi, ein minimalstes Kräuterbeet unten drunter gelegt und diesen ganz dezenten Anstrich der Sauberkeit. Seifigkeit könnte man eventuell in einem Mindestmaß hier mit hineinbringen, aber ich würde es dann doch eher auf das Thema der Sauberkeit hier abwälzen wollen. Also frisch, zitrisch, sauber, mit diesem aromatischen, schrägstrich krautigen, ja minimalen Untergrund. Kurzum, ein ganz, ganz toller, eleganter Männerduft für die wärmeren Tage im frischen Duftthema mit zu erwartender Haltbarkeit und Projektion, sagen wir es mal so. Aquadipama Colonia. Ja, dann hatte ich das öftere noch getragen, diesen Freund hier, meistens oder ausschließlich in Kombination, das ist schon wieder mega warm mit drin, mit anderen Düften und zwar von Eccentric Molecules, den Molekül Nummer 2, auch bekannt als Ambroxan. Und den habe ich zum Beispiel hier in Kombination mit diesem Luft getragen und auch in Kombination mit einem Luft, den ich dir gleich noch zeigen werde. Das heißt, das ist quasi mein Wingman-Duft, wenn man so möchte, um einfach die Haltbarkeit eines anderen Duftes noch ein bisschen zu verbessern, die Projektion noch ein bisschen herauf zu beschwören und auch in Sachen Gefälligkeit nochmal so dieses minimalste i-Tüpfelchen oben drauf zu geben. Wie riecht Ambroxan? Ich sage mal in erster Linie frisch, natürlich synthetisch, mit diesem gewissen Anflug der Holzigkeit oder des holzigen Unterkonstruktes quasi. Aber in erster Linie quasi frisch, synthetisch und nicht viel mehr. Ja, manch einer riecht diesen Duft sehr ausgeprägt, nimmt ihn sehr stark wahr, manch einer riecht ihn wiederum gar nicht. Ja, es ist immer so eine Sache, wie man das selbst quasi wahrnimmt und auch wie sich der Duft auf der entsprechenden Haut entwickelt. Also hier kann man nicht einfach pauschal sagen, so ist es, Punkt, fertig, aus. Die Partei hat immer recht, das trifft hier nicht zu. Die Partei hat niemals immer recht, das ist mal ganz einfach abgesehen. Aber hier ist es einfach dieser Punkt, das ist sehr, sehr individuell zu betrachten hier beim Molekül Nummer 2 und auch beim 1. Und auch generell bei allen Moleküldüften, jetzt nicht so sehr auf die Goldwaage legen bitte, ja, also Molekül, alle, ich weiß Bescheid. Aber weißt du, hier bei diesen reinen synthetischen Moleküldüften, das ist sehr, sehr differenziert zu betrachten auf jeden Fall. Eccentric Molekül ist Molekül Nummer 2. Und damit zeige ich dir noch den Duft, den ich hier quasi mit dazu benutzt habe, quasi den Wingman, um das hier zu vervollständigen, den Chanel Allure Homme. Und zwar den Ur-Allure, mit dem alles begonnen hat im Jahre 1999. Hier raus sind alle Flanker quasi erwachsen, die wir kennen und die wir auch lieben. Allure Homme Sport, Allure Homme Sport Au Extrem, Edition Blanche und und und, was wir nicht alles haben, was wir alles kennen oder vielleicht auch nicht kennen. Hier der Ur-Klassiker mehr oder weniger und ein Duft, der, ich finde ihn wunderbar, ein wunderschöner Duft, ein zeitloser Herrenduft, habe ich in irgendeinem anderen Video vor kurzem auch schon erwähnt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Themenkreis das dort war. Einfach schön gemacht, eine unfassbar komplexe Duftpyramide. Trotzdem hier ein Duft, der relativ einfach daherkommt, einfach männlich, maskulin, eine Ausstrahlung hat, eine Frische, eine Aufgeräumtheit, eine Sauberkeit. Trotzdem dieses gewisse Durchsetzungsstarke schon mit sich bringt. Das Einzige, was man hier so als separate Duftnote meiner Nase nach zumindest schon extrahieren kann, ist eine dezente Pfirsichnote, die hier dieses I-Tüpfelchen an Kreativität aufsetzen kann. Ja, die Haltbarkeit ist nicht so gut, aber auch nicht so schlecht, wie viele kommentieren oder an den Äther herausgeben. Sie könnte wirklich besser sein, aber am Endeffekt hier würde ich wirklich sagen, die Haltbarkeit ist okay. Und wie eben schon gesagt, hier in Kombination mit meinem Ambroxan-Helferlein, ich habe den dann auch noch nach 8 Stunden wahrgenommen, von dem her, das ist schon mega gut. Also, Allure, Wunder, Wunder, Wunderschöner, Klassiker, Herrenduft, ganz, ganz toll, gefährlich unterschätzt, gefährlich unterrepräsentiert. Und deswegen möchte ich hier auch ganz klar eine Lanze für diesen Duft brechen. Und all jene unter euch, die ihn noch nicht kennen oder die auf den Om-Sport-O-Extrem oder, oder, oder schwören, gebt auch diesem hier mal unbedingt eine Chance. Zumindest mal in Form einer Abflugung, einer Probe oder irgendetwas. Lasst euch das wirklich mal nicht entgehen, denn ich war auch einer dieser Schläfer, wenn man so möchte. Aber früher oder später wachen wir alle mal auf, hoffentlich. Und das Ganze wünschenswert in jeder Hinsicht. Xerzhov, Torino 22, war mit dabei. Wir hatten uns neulich, und das wird auch ein Thema sein, was ich hier demnächst mal noch in einem Video abbilden möchte. Es gibt ja so diese Anlässe, bei denen es einfach passen muss. Ob es nun ein Bewerbungsgespräch ist, ob es vielleicht ein erstes Date ist, ob es, weiß nicht, vielleicht wenn du irgendwo einen Kredit nehmen möchtest, du gehst zur Bank und willst dort einfach gut auftreten, alles drum und dran, und einfach deinen Duft das noch unterstützen möchte. Wir haben uns neulich eine neue, oder eine Wohnung angeschaut, weil es für uns hier einfach mittlerweile viel zu eng wird. Und man sich nur noch mehr oder weniger, ich will nicht sagen, auf den Sack geht, aber es ist einfach viel zu eng, viel zu klein. Und es funktioniert so nicht mehr, es ist nicht mehr wirklich schön, das merkt man auch an den Gemütern, es ist belastend. Und da haben wir uns etwas Neues angeschaut, etwas Größeres natürlich. Und wie es so ist, dann habe ich überlegt, welchen Duft trägst du heute. Du willst einen Duft haben, der gefällt, du willst einen Duft haben, der auch zu dem heißen Wetter passt. Es war sehr, sehr warm, wir hatten 35 Grad, meine ich. Also im Auto standen auf jeden Fall 35 Grad drauf, stand aber auch in der berühmten Hitze, spielt auch nicht so die Rolle. Sommer, kochend heiß, es war schon ein Anlass, zu dem man auch entsprechend auftreten muss, bei dem man sich von der besten Seite präsentiert, du weißt wie das ist, man muss immer so ein bisschen schauen, wo man bleibt. Und dann habe ich überlegt, welcher Duft passt dazu, der jetzt nicht zu lax daherkommt, nicht zu verspielt, nicht zu frisch, aber einfach an dieses sehr heiße Thema passt und der einfach diese ganze Situation unterstreicht und einfach diesen gewissen Nachdruck verleiht, ein bisschen Professionalität, ein bisschen Charakter mitbringt, alles drum und dran. Ich denke mal, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und ich entschied mich letztendlich hier für den Torino 22, da er meiner Ansicht nach genau das gebracht hat. Ich wollte auch einen Duft haben, der definitiv wahrnehmbar ist, der aber nicht belastend daherkommt. Auch das trifft hier zu, der frische ist trotzdem einen gewissen Charakter, eine gewisse Stärke zeichnet, der sehr seriös wirkt, professionell wirkt, aber trotzdem auch die gewisse Lockerheit des Seins widerspiegelt. All das trifft hier auf diesen Duft zu. Deswegen möchte ich ihn dir zum einen empfehlen, mal zu probieren, falls du es nicht getan hast. Zum anderen möchte ich dir sagen, ich habe ihn getragen an den letzten Tagen. Und drittens, all das, was ich dir beschrieben habe, trifft hier auf diesen Duft zu. Und wie gesagt, ein Video zu diesem Thema für die Anlässer, bei denen es quasi darauf ankommt oder wo auch ein bisschen etwas davon abhängt. Denn gerade der Wohnungsmarkt heutzutage in Deutschland, du weißt Bescheid, ist es relativ schwierig, etwas Bezahlbares zu finden. Bezahlbar ist da natürlich sehr gedehnt. Manche Leute, die sagen sich 3000 Euro kalt im Monat, ist für mich ganz entspannt bezahlbar, keine Probleme. Bei anderen wiederum sind 600 Euro warm schon mehr, weitaus mehr, als was es das Portemonnaie hergibt. Da muss man halt einfach schauen. Und da müssen wir natürlich auch schauen, was für uns im Endeffekt bezahlbar ist. Und was man auch dann dafür bekommt, alles drum und dran. Egal, ein anderes Thema. Aber du merkst, auch ich, Spinner quasi vor der Kamera, habe sehr, sehr reale Probleme und sehr, sehr reale Sachen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, außerhalb der ganzen Parfümblas und, und, und. Überall steckt dann doch nur ein Mensch dahinter. Und ja, um wieder zurück zum Thema zu finden, Torino 22. Dann habe ich getragen natürlich Tom Ford Eau de Sole Blanc. Ganz klare Sache. Das ist ein Duft, der sich bei den heißen Temperaturen immer und überall anbietet, da er nicht aneckt, da er wunderbar, einfach, trotzdem wunderschön ist, sehr schön zu riechen ist. Und einer dieser Düfte meiner Meinung nach für den Sommer, für die heißen Temperaturen, bei denen du, oder auch bei dem du hier ganz konkret in diesem Beispiel, nicht nachdenken musst, funktioniert er, funktioniert er nicht, kann man ihn tragen. Diesen Duft hätte ich genauso gut auch zu diesem Termin tragen können. Aber ich wollte dann etwas haben, was noch ein bisschen mehr Charakter hat und auch stärker ist in der Projektion und auch in der Wahrnehmbarkeit des Gegenübers. Einfach so ein bisschen so, man sagt ja, man muss ja Raum einnehmen, ja, als Mann, das breitbeinig sitzen. Das ist natürlich verpönt, wenn so dieses Female Empowerment und dieses Metro und alles so, die beide umeinander schlagen, sich möglichst klein machen, nicht viel Raum einnehmen, aber ein Mann muss Raum einnehmen, ein Mann muss auch mal die Stimme erheben, auf den Tisch hauen und einfach sich seinen Platz sichern und ihn auch dementsprechend darstellen und das Ganze wollte ich auch mit einem Duft unterstreichen. Deswegen, ich komme immer wieder darauf zurück, deswegen habe ich ihn ja gewählt und nicht ihn hier. Trotzdem ist der Tom Ford Oh The Soleil Blanc nicht minder schlecht. Ja, er ist nicht minder schlecht. Für das Fitnessstudio ist ganz toll geeignet, für das Büro, für die Arbeit, für den See von mir aus, für die Strandliege, für alles. Es ist ein ganz, ganz toller Duft, ein Allrounder, wenn man so möchte. So, Punkt fertig aus, das Video wird sonst zu lang. Oh The Soleil Blanc, einen habe ich noch für dich. Ihn habe ich wieder getragen und das war mega geil, sage ich dir. Aflans Turati Blue, ein unfassbar erfrischender Grapefruit, schrägstrich zitrischer Duft mit unfassbar viel Kraft, Potenz. Ausstrahlungsstärke geht dann nach diesem fulminanten Eröffnungsakkord quasi in eine etwas moschuslastigere Geschichte über. Wird ein bisschen wärmer, wird ein bisschen greifbarer, bewahrt sich aber. Diese Frische bewahrt sich diese Kraft, dieses nach vorn Streben und ist schlichtweg ein fast schon unschlagbarer Sommerduft in jeder Hinsicht. Im Themenkreis der Gefälligkeit, im Themenkreis der Erfrischung, im Themenkreis der Haltbarkeit, habe ich das gerade schon gesagt, weiß ich gar nicht mehr. Und im Themenkreis ganz klar des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Ein Sieger auf jeder Ebene. Punkt. Und damit schließe ich dann auch dieses Video. Ich zeige dir diesen Flakar. Ich wünsche dir einen sehr, sehr schönen Tag. Ich sage, geh auch bei heißen Temperaturen raus, setz dich von mir aus irgendwo unter einen Baum und schließ dich nicht irgendwo deiner Scheißbude ein. Ja, sondern geh raus, genieß das Leben, genieß die Sonne, genieß die Wärme. Spür, dass die Sonne, die Wärme auf deiner Haut. Und wenn es dir zu viel wird, mach dir einen kleinen Ventilator an, fächere dir ein bisschen kalte Luft zu, trink einen Schluck, wach, setz dich unter einen Baum oder, oder, oder. Aber um Gottes Willen, sperr dich nicht zu Hause ein. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.